An der Stelle müsste ich erstmal kurz in Richtung Bestand von Biogasanlagen und regionale Verteilung ausholen. Also in Deutschland gibt es in etwa 9.000 Biogas-Produktionsanlagen und davon haben wir ungefähr 8.700 Biogasanlagen mit einer Vorortverstromung, also die, die Strom direkt mit einem BHKW, also einem Blockheizkraftwerk herstellen. Und dann gibt es zusätzlich noch ungefähr 230, 232 Anlagen, die das Biogas zu Biomethan aufbereiten und dann in das Erdgasnetz einspeisen. Und bei diesen Anlagentypen gibt es da erhebliche Unterschiede bei der Substratzusammensetzung, also sprich beim Einsatz von verschiedenen Reststoffen. Und von den ungefähr 8.700 Biogasanlagen haben wir einen sehr großen Anteil, also 8.400 Anlagen, die landwirtschaftliche Biogasanlagen sind. Also sprich, hier werden hauptsächlich nachwachsende Rohstoffe eingesetzt. Also das klassischste Beispiel wäre jetzt die Mais-Silage, die massenanteilig zu 50 Prozent etwa dort in den Biogasanlagen eingesetzt wird. Und natürlich auch landwirtschaftliche oder Nebenprodukte aus der Landwirtschaft, in dem Fall hier Gülle, die auf der anderen Seite, also die ungefähr die anderen 50 Prozent des Substrateinsetzes in den landwirtschaftlichen Biogasanlagen ausmacht. Also wenn es um Reststoffe geht, haben wir hier einen massentechnischen Einsatz von etwa 50 Prozent Rindergülle oder Schweinegülle oder Mist in dem Fall. Energetisch betrachtet sieht es dann ein bisschen anders aus. Also da ist natürlich der, aufgrund des niedrigen Energiegehalts der Güllen, sind das dann nur noch ungefähr 16 Prozent, die hier den Anteil ausmachen. Bei den Biomethanaufbereitungsanlagen ist es so, von diesen 232 Anlagen verwenden ungefähr 16 Prozent nur Rest- und Abfallstoffe. Also jetzt nicht nur aus der Agrarproduktion, sondern auch aus der Lebensmittelproduktion oder aus der Ethanolherstellung. Ungefähr 41 Prozent setzen rein nachwachsende Rohstoffe ein. Und die anderen 42 bis 43 Prozent setzen dann eine Mischung aus nachwachsenden Rohstoffen und diesen Reststoffen ein. Und ein sehr kleiner Teil, ungefähr ein Prozent dieser Anlagen, dort wird auch entsprechend Klärschlamm eingesetzt. Man muss sich an der Stelle immer die alternative Nutzung vor Augen führen. Also es gibt natürlich Reststoffe, die einer weiteren Nutzung oder einer anderen als einer energetischen Nutzung zugeführt werden können. Und man kann auch generell aus verschiedenen Reststoffen verschiedene andere Produkte herstellen. Also zum Beispiel Vorläuferprodukte für die chemische Industrie. Aber generell gibt es einen großen Anteil an Reststoffen, die sich einfach sehr einfach dafür anbieten, Biogas, also erneuerbaren Energieträger, zu produzieren. Und an der Stelle wäre es einfach sehr nachlässig, wenn man jetzt aus den aktuellen Gesichtspunkten heraus diese Stoffe dort nicht einsetzt. Also gerade im Bereich Abwasser kann eine ganze Menge über Biogas gesprochen werden, beziehungsweise eine ganze Menge Biogas erzeugt werden. Oder eben auch die bereits angesprochenen Güllen aus der Landwirtschaft. Das sind so Substrate, wo eigentlich eine alternative Nutzung in dem Rahmen so gar nicht möglich wäre. Eine andere Sache ist noch die, wenn Sie an Bioabfälle aus dem häuslichen Bereich denken oder aus der Lebensmittelproduktion, die werden dann in der Regel einer Kompostierung zugeführt. Eine Kompostierung ist dahingehend eine gute Sache. Man erhält einen Einsatzstoff, der gerade was jetzt Bodengesundheit angeht, natürlich sehr wichtig ist, also den Kompost. Aber aus energetischen Gesichtspunkten ist es natürlich auch hier möglich, einen Großteil dieser Substrate dort zu Biogas zu verwerten. Und das wird in einigen Anlagen dann auch so gemacht. Also es wird erst Biogas aus den Substraten oder aus den Abfällen hergestellt und danach dann noch ein Kompost. Es kommt auch natürlich sehr darauf an, aus welcher Richtung man sich dort nähert. Und so richtig einheitliche Terminologie gibt es da jetzt nicht. Bei uns am DBFZ hat sich zumindest diese Einteilung in landwirtschaftliche Nebenprodukte, Holz- und forstwirtschaftliche Reststoffe, dann noch industrielle Reststoffe und entsprechend Siedlungsabfälle etabliert. Und bei den landwirtschaftlichen Nebenprodukten sprechen wir eben von den klassischen Güllen oder Mist, der jetzt in der Tierhaltung anfällt, aber eben auch Restprodukte aus der Pflanzenproduktion, also Stroh oder Rübenblatt, beziehungsweise Zwischenfrüchte, die auf den Feldern angebaut werden. Bei Holz- und forstwirtschaftlichen Reststoffen, Waldrestholz wäre hier ein klassisches Beispiel, Rinde- oder sägende Nebenprodukte. Im industriellen Sektor sieht es ein bisschen breiter aus. Da hat man natürlich die Sachen, die aus der Nahrungsmittelproduktion noch mitkommen, aus der Futtermittelherstellung, Tabakverarbeitung, beziehungsweise verschiedenste Dinge aus zum Beispiel der Bioethanolproduktion oder der Biodieselproduktion, die hier auch noch mit einfließen können. Und Siedlungsabfälle wäre dann, ja, klassisch Biotonne, Grünschnitt oder eben auch Klärschlämme. Die spielen eine Rolle. Es gibt da schon verschiedenste Firmen, die sich auf die Sammlung dieser entsprechenden Abfallstoffe oder Reststoffe spezialisiert haben und die dann auch entsprechend in Biogasanlagen einsetzen. Also der Verwertungspfad, der existiert bereits. Hier ist vielmehr die Frage nach dem Potenzial, also sprich, wie viele Reststoffe aus dem Lebensmittelsektor fallen überhaupt an. Und das im Vergleich zu den anderen Reststoffen, die sonst noch verfügbar sind, also jetzt zum Beispiel Stroh aus der Landwirtschaft, ist entsprechend gering. Generell kann man den Ausbau von verschiedenen landwirtschaftlichen Reststoffen definitiv oder Reststoffen im Allgemeinen kann man ausbauen. Und wir sprechen hier ungefähr von einer Menge, also das ist jetzt eine sehr grobe Schätzung von ungefähr 24 bis 25 Millionen Tonnen Trockenmasse, die noch einer Vergärung zugeführt werden könnten unter den heutigen Gesichtspunkten. Da gibt es einen viel, viel größeren Teil, den man nicht verwerten kann, weil es da verschiedenste Restriktionen gibt, zum Beispiel im Naturschutzsektor oder wo man eben auch, gerade auch im landwirtschaftlichen Sektor. Und es gibt natürlich auch schon eine entsprechende Nutzung. Aber diese 24 bis 25 Millionen Tonnen Trockenmasse, das wäre so der Bereich, wo man in Deutschland zumindest sagen könnte, das wäre etwas, was man der Biogasproduktion noch zuführen könnte, aber eben auch anderen Nutzungsformen. In die Zukunft gesprochen würde ich dort sagen, das ist eher minimal, weil diese Folgen der Reststoffnutzung oder der Effekte, die sich hier gerade im Umweltsektor einstellen können, die haben wir eigentlich jetzt schon. Und das wäre jetzt als klassisches Beispiel wieder die Nutzung von Güllen im Biogassektor. Die kommt ja jetzt nicht aus der Richtung der Biogasanlagen, sondern es gibt hier entsprechende Regionen, wo ein sehr, sehr, sehr starker Besatz oder ein sehr starker Viehbesatz besteht, entsprechende Massentierhaltung. Dort fallen diese Güllen an und da hat man dann natürlich in der Folge ein bisschen das Problem, wie verwerte ich denn und wo verwerte ich jetzt diese Güllen. Und da besteht durchaus das Risiko auch entsprechend zum Beispiel einer Wasserverschmutzung, also jetzt Stichwort Nitratbelastung im Grundwasser. Das kann an der Stelle definitiv mit reinspielen. Ansonsten sehe ich hier eigentlich, also wie gesagt, in die Zukunft gesprochen, sehe ich da keine negativen Effekte, gerade was jetzt bei einer verstärkten Nutzung mit auftreten kann. Wenn man immer sich die Vorketten anschaut und überlegt, okay, sind vielleicht nicht diese Vorketten nicht nachhaltig und führen dann über die Verwertung der Reststoffe dann entsprechend zu den als Beispiel genannten Umwelteffekten. Also jetzt siehe das Beispiel Rindergülle. Die Frage geht ja so ein bisschen in Ihre Frage bezüglich der direkten beziehungsweise indirekt ungewollten Folgen dieser Reststoffnutzung. Und da wieder mit dem Beispiel Gülleverwertung, muss ich eindeutig sagen, die wären eigentlich vermeidbar, wenn man eben die Vorkette entsprechend anpasst. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe an nicht vermeidbaren Reststoffen, die aus der Nachhaltigkeitssicht heraus, beziehungsweise auch dem sehr, sehr starken Druck, mehr Energiestrom aus nachhaltigen Quellen zu erzeugen. Ich würde es vorsichtig formulieren, aber es wäre schon fast fahrlässig, wenn man die nicht einer energetischen Nutzung zuführt. Man muss hier natürlich an der Stelle immer betrachten, dass es verschiedenste andere Nutzungsformen für verschiedene Reststoffe gibt. Also zum Beispiel Schlempe aus der Ethanolproduktion, auch im Futtermittelsektor kann das eingesetzt werden. Also hier muss man überlegen, wo es diverse Vorrangnutzung gibt, beziehungsweise wo zum Beispiel auch jetzt gerade wieder mit dem Stichwort Bodengesundheit, Humusaufbau auf den entsprechenden Agrarflächen, da muss man natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man nicht die gesamte Menge an Stroh zum Beispiel, die jetzt auch einem Feld anfällt, dann einfach abziehen kann und einer energetischen Nutzung zuführen kann, sondern da muss man ein sehr ausgewogenes Verhältnis am Ende erreichen.